Herzlich Willkommen zurück! Wir spielen weiter bei Call of Duty... ...Black Ops? Äh, ne. Call of Duty 2. Genau, nicht Black Ops 2, sondern Call of Duty 2. Das wäre... Ups. Da will das Handy was von mir. Geht aber gerade nicht. Oh, Scheiße! Okay. Ja, Handy ist leer, ist egal. Versuchen wir es nochmal etwas anders. Mit etwas... ...normaleren Varianten. Aha! Oh. Äh, fucken wollte ich mich. Ja. 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 Ach ja! Waffe! Nein. Nein. Verdammt! Wieso hat keiner meine geile Waffe? Alles nur... ...scheiß Nahkampf. Hey, nicht mich abschießen. Hey, nicht mich abschießen. Ohhhh. Keine gute Idee war das. Das ist auch keine gute Idee, sich einfach irgendwo hinzustellen. Geht es nicht hoch. Egal. Dann laufen wir mal hier rein. Vielleicht geht es wieder hinten rum. Oder auch nicht. Ja. Reload. Oh. Keine gute Idee. Okay. So, jetzt sind der Rauchwolke! Der Feuer! Mal am Boden! Hä? Was sind das so viele? Ey, was sind das so viele? Komm! Siehlen... Auuuun... Nein! Oh, zwei Granaten! Ähm... Wie wär's mal? Das Sneaky finde... Oh, aber die treffe nicht, du bist denn... Nein, da treffe ich... Nein, da treffe ich nicht... Wo seid ihr? Wir haben nicht das, was ich will... Also einmal durch die Durchwandern... Und... Nein... 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 Pff... Granate... Die will ich auch nicht haben... Hey! Okay... Okay, das war im Spiel ein Leck... Auf den Nachkampf! Ups... Tut mir leid... Ja, Handy... Ich weiß, dass du Strom brauchst... Ich gebe es dir aber nicht... Sollst du doch mal rechnen... Da haben wir noch einen... Genau... Oh... Zieh! Komm, 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 komm... Heilig, 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 Heilig! Hei, Heilig, Heilig! Wie los? Heilig! Gut! Nichts! Nichts! Daaaah! Da haben wir doch... Genau! Ein halbautomatisches Gewehr... Natürlich... So runter... Keine gute Idee... Egal... Super, super, super! Super, super, super! Was machst du da? Wir laufen einfach mal weiter... Wir kämpfen uns durch die Straßenzüge... Schön... Ja, ich weiß... Ich kann mich überhaupt nicht... Fahrzeugkunde... Äh... Reifen... Antriebsachse... Differential... Und kein Motor... Ist auch sehr cool... Ja! 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 Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Ja... Ich freu mich, ich hab ein geiles Gewehr. Oh. Scheiße. Oh. Komm ich vielleicht hier drüber? Nein. Dann muss ich mir hier weiterlaufen. Wow! Ups. Da stand jemand auch dahinter. Pfff. Komm. Äh. Ja, das Fahrzeug haben wir hier. Ja. 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 Geniale Stellung hier... äh, geniales Stellungsspiel. Zweimal in den Hinter... Da! Bist du! Mh, hm, hm. Mh, hm, hm. Äh, kenne ich mein Auto? Komm, 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 auf, lauf, 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 lauf! Oh, vielleicht war das doch keine gute Idee! Okay, es war keine gute Idee. Es war überhaupt keine gute Idee. Jetzt kommt der... Ups! Ja, Handy! Hm... Egal. Natürlich. Wie öffnet man eine... ...Tür als besten am besten? Ah ne... ...Schwarzpulver. Ein paar Granaten. Ahem. All right, comrades. Through the door. Let's clear this building. Let's go! Und die nächsten Mission. ... ... ...